Trainingstag 1 im Trainingslager in Belek in der Türkei. Die Mannschaft ist am gestrigen Abend hier im Hotel angekommen. Es ging mittags von München nach Antalya und dann noch mal mit dem Bus weiter zum Hotel. Und am heutigen Montag standen auch die ersten beiden schweißtreibenden Trainingseinheiten auf dem Programm und der erste Eindruck bei den Spielern fällt auf jeden Fall sehr positiv aus. Super Hotel. Wir sind gestern zwar erst später angekommen und haben nicht mehr so viel gesehen, aber heute wirklich Ausblick aus dem Fenster super. Wir sehen es mehr, wir sehen sogar dahinter ein bisschen Berge. Das Hotel ist richtig schön und der Platz war gut. Wir haben uns jetzt schon zweieinviertel Stunde das Ganze angeschaut. Ich hoffe, es dauert nicht immer so lange, aber nein, gute Bedingungen auf jeden Fall. Für die Mannschaft von Michael Kölner herrschen hier in Belek hervorragende Bedingungen. Die Temperaturen liegen bei ca. 15 Grad und Sonnenschein. Und ja, auch der Trainingsplatz befindet sich in einem hervorragenden Zustand. Wir spielen am Freitag, da wird der Trainer glaube ich schon einen ernsthaften Test und nicht, dass wir uns nur mit schweren Beinen über den Platz schleppen. Und dann geht es eh schon nächste Woche los. Also das ist jetzt glaube ich keine klassische Vorbereitung, wenn wir es im Sommer haben. Wir haben jetzt eine Woche hier, um Abläufe eher einzustudieren, als jetzt so sehr an der Grundlage zu arbeiten. Von daher hoffe ich mir, dass es nicht so ansteigen wird. Ja, ich glaube, ein guter Test für uns, mit Sicherheit kein einfacher Gegner. Ich bin der Liga über uns. Ich glaube, ja, ähnlich gute Mannschaften erwarten uns aber in unserer Liga. Von daher wird es sicherlich gut sein für uns, dass wir uns mit einem guten Test dann noch vorbereiten. Wichtig ist aber dann trotzdem erst nächste Woche, da geht es dann an Punkte. Auch zahlreiche Löwen-Fans sind bereits vor Ort in Belek und sorgen für löwenstarke Unterstützung. Ja, wir freuen uns natürlich, dass da wieder echt einige dabei sind. Gerade in der schwierigen Zeit, wo jetzt einfach, ja, wir dann auch nicht in die Nähe zogen oder gehen können, indem wir vielleicht mehr hätten. Von daher freut es mich, oder wir freuen uns auf jeden, der da ist. Und wir können uns auch nur entschuldigen, dass wir das nicht wie gewohnt oder wie vor Corona machen können, dass ja auch eine andere lockere Plausch oder das Ganze nicht so stattfinden kann. Aber ich glaube, da hat in der heutigen Zeit auch jeder dafür Verständnis, weil wenn wir dann am ersten Spieltag fünf Spieler haben, die ausführen, haben die Fans auch nichts davon. Die nächsten Tage wird hier noch weiter hart trainiert. Am Freitag geht es dann zur Generalprobe, Testspiel gegen Hansa Rostock und am Samstag fliegt der Löwenkader wieder nach Hause, zurück nach München.